Herzlich willkommen zum Podcast-Format Die Vertriebsstimme mit Ihrem Gastgeber Tom Jähle. In 30-minütigen Folgen erwarten Sie spannende Interviews und jede Menge Content zum Thema Vertrieb. Im Experten-Talk teilen erfolgreiche Vertriebsverantwortliche, Geschäftsführer und Experten Ihr Wissen mit uns. Hören Sie, was im Vertrieb wirklich zählt und erfahren Sie, wie analoge Formate auch in Zeiten der Digitalisierung im Vertrieb funktionieren. Denn echte Begegnungen und Gespräche zwischen Menschen sind durch keine digitalen Werkzeuge zu ersetzen. Herzlich willkommen zum Podcast-Format Die Vertriebsstimme. Das Podcast-Format, das zeigt, dass der moderne und zukunftsorientierte Vertrieb hybrid ist und die volle Power der digitalen und analogen Vertriebswelt für sich nutzt. Wie funktionieren hybride Strategien in Zeiten der digitalen Transformation? Ich zeige auf und bringe Licht ins Dunkel der Vertriebsaktivitäten, in denen es um Zahlen geht. Zahlen, Daten, Fakten sind wichtige Elemente im Vertrieb. Aber es geht immer um die Menschen. In diesem Podcast-Format teilen Geschäftsführer, Vertriebsverantwortliche und andere außergewöhnliche Menschen in Experten-Talks ihr Wissen, ihre Erfahrungen, ihre Geschichten mit uns, um Dich, um Deinen Vertrieb auf das nächste Level zu heben. Übrigens zu mir, mein Name ist Tom Jähle. Ich bin Experte für den digitalen und analogen Vertrieb. Ich zeige Dir auf in meinem Werdegang, dass ich aus der analogen Welt in die digitale Welt gekommen bin. Ich bin gestartet nach der kaufmännischen Wirtschaftsschule, habe ich mich entschieden, einen Handwerksberuf zu erlernen. Aber schon sehr schnell gemerkt, ich bin nicht der begnadete Handwerker. Ich habe nicht so das Talent zum Handwerker und dachte mir, so während meiner Ausbildung, ich muss meinen Weg weitergehen. Habe dann meine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und habe mir dann zum Ziel gesetzt, ich möchte in den Verkauf kommen. Das habe ich dann auch geschafft, direkt gleich auf europäischer Ebene. Ja, okay, das Produkt war europäisch. Ich habe europäische Wurst- und Schinkenspezialitäten an Gastronomen und Metzgereien verkauft. Ich bin mit meinem LKW, mit meinem rostigen LKW durchs Allgäu getingelt, bei Wind und Wetter, bei Schnee und Eis und habe Gastronomen und Metzgereien besucht und ihnen meine Produkte direkt vom Lastwagen abverkauft. Und das war eine sehr, sehr gute Schule für mich. Ich habe sehr viel gelernt. Es war sehr herausfordernd als junger Mensch, das zu tun. Aber ich habe für mein Vertriebsleben unheimlich viel mitnehmen können. Habe aber auch da gemerkt, jetzt muss es einen Schritt weiter gehen. Und oftmals sind es ja Zufälle, die so eine Wendung im Leben herbeiführen. Ich habe mich abends, eines Abends mit meinem Cousin unterhalten. Und er hat zu mir gesagt, Tom, wenn du in eine zukunftsträchtige, in eine zukunftsorientierte Branche gehen möchtest, dann musst du in die EDV gehen. Ja, damals hieß die IT noch EDV. Und ich dachte mir so, der hat recht, klingt spannend, das mache ich. Ich hatte das Thema, ich hatte so gut wie kein Grundwissen, kein Basiswissen der Technologiebranche. Das habe ich mir dann in Abendkursen, in Wochenendschulungen und durch Selbststudium beigebracht. Zusätzlich habe ich mein Verkaufs-Know-how nach oben gepusht und habe dann die Chance bekommen, in einem lokalen Systemhaus am Bodensee den Einstieg in den IT-Vertrieb zu machen. Ich habe das einige Jahre dort gemacht, habe auch einige große Kunden betreuen dürfen, wusste aber, mein nächstes Ziel ist, ich möchte zu einem Hersteller. Ich möchte zu einem Software- oder Hardwarehersteller. Getagt, getan, ich habe mich bemüht, bin dann auch zum Hersteller gekommen und habe mehrere Jahre in Vertrieben bei Herstellern gearbeitet. Und dann war das nächste Ziel da. Ich wollte meine Geschichte schreiben und den nächsten Step machen. Und der hieß für mich, ich möchte in eine Führungsposition. Auch das habe ich geschafft, nachdem ich mich entsprechend vorbereitet habe, bin ich dann in die erste Führungsposition reingekommen bei einem namhaften Security-Software-Hersteller und durfte dort als Direktor Sales den Vertrieb führen. Ganz nebenbei fand ich super toll, dass ich einen fetten Fünfer fahren konnte. Darum erzähle ich euch das alles. Ich habe nicht den klassischen Berater-Wordegang, wie viele meiner geschätzten Kollegen. Ich habe 30 Jahre Vertriebserfahrung von der analogen Welt in die digitale Welt. Ich habe über 25 Jahre meines Berufslebens in Technologieunternehmen bei verschiedenen Unternehmen mit verschiedenen Lösungen verbracht. Ich habe verschiedene Führungspositionen begleitet. Und irgendwann war es mir klar, ich möchte Unternehmen und Vertriebsorganisationen helfen, zu wachsen, das nächste Level zu erreichen. Ich möchte Menschen im Vertrieb helfen, zu wachsen und zu noch besseren Verkäufern zu werden. Ich bin der Meinung, es ist sehr gut, etwas zu riskieren. Ich bin der Meinung, es ist großartig, auf sein Herz zu hören. Denn so werden die schönsten Geschichten geschrieben. Und ich lebe für den Verkauf, ich liebe den Verkauf und mein Herz schlägt seit vielen, vielen, vielen Jahren für den Verkauf. Was erwartet euch im Podcast? Alles rund um den Verkauf, analog wie digital und noch viel mehr. Ihr bekommt erstklassiges Wissen. In den Experten-Talks lernt ihr tolle Persönlichkeiten, spannende Menschen kennen, die ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihre Geschichten mit euch teilen. Mein Wunsch ist es allerdings auch, die mentalen Aspekte aufzuzeigen. Die Aspekte, die helfen, dass ihr es schaffen könnt, dass eure Vertriebsorganisation optimal performt, dass ihr als Verkäufer, Verkäuferinnen stetig wachst und immer besser werdet. Nutzt diesen wertvollen Input. Nutzt dieses Expertenwissen. Nehmt es mit. Saugt es auf für euch und kommt in die Umsetzung. Ich lerne in jedem Interview so viel dazu. Das ist unbeschreiblich. Wahnsinn. Freut euch. Seid dabei. Abonniert meinen Kanal. Wir starten nächsten Montag. Der erste Experten-Talk. Montag, 7. Dezember 2020. Mit zwei außergewöhnlichen Gästen, mit einer Wahnsinnsgründerstory und einer tollen Erfolgsstory. Ich freue mich auf euch. Und wenn ihr jetzt schon Lust habt, mehr über meine Beratungsdienstleistungen zu erfahren, dann biete ich euch an, ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir zu führen. Den Link findet ihr in den Shownotes und alle weiteren Informationen sowieso. Ich freue mich. Bleibt dabei. Es wird spannend. Bis bald. Euer Tom.